moin moin leute heute geht es weiter mit unserer farm hier persönliches leben ich weiß auch nicht stagsel halt stagsel ist das ist hier die hälfte ist verdorrt egal ja was soll ich sagen wir haben keine ange ich brauche wir gehen angekommen kommt los geht's oder versuchen wir uns heute mal am angeln gestern waren wir bienen fänger irgendwie so was ja doch doch vielleicht weil wir waren bienen fänger und sie ist gärtner würde ich sagen okay wir brauchen seht ihr eine was ist das da was ist feengras beziehungsweise will ich das überhaupt wissen was feengras ist jetzt mal besorgen feengras hilfe aber nehmen wir auf jeden fall mit interessiert mich jetzt das normales gras hier ist hier ist kein gras da packen hier ist noch ein gras nehmen wir noch mal 20 ist keine angel smoker ach so da ist die bienen ja ja damit wir lieben smoken können und uns den honig rausholen können aber ich weiß nicht das sollten wir vielleicht noch nicht jetzt machen das sollten wir ein anderes mal machen ich habe es ist schon unser zweiter tag im sommer oder ich verliere komplett das zeitgefühl so ok das ist cool ok jetzt ist das feengras dran nein rosa gras oh mein gott das ja voll bei rosa grase können hier ich glaube den haben wir schon mal nachgucken ok wenn es keine angegibt dann können wir noch heute mal hier ist noch ein pilz da ist rosa oder oh mein gott da hinten ist ein gelber da hinten ist ein gelber da hinten ist ich sollte mein netz vielleicht mal rausholen man muss eigentlich nur auf eine erhöhung stehen und warten so gar nicht sehr gut ok leute wir müssen auf die bäume achten an den bäumen können zikaden hängen und wir brauchen noch zikaden hier ist noch ein gelber da jetzt haben wir schneiden wie sieht in unserer liste jetzt aus wir noch ein paar sachen das war ein käfer blau libelle blau zikaden und archenfalter goldene libelle stab heuschrecke grüne zikade ok wer wir wir achten auf das da ist der nachtzahnkäfer wow wenn man darauf achtet dann klappt es man muss nur genug auf die bäume achten hier ist nichts das stimmt was irgendwo hier hängt garantiert eine zikade aber nicht an dem baum insektenjagd mit tobi wir müssen auch noch einen tag seit dem strand mit strandstuhl schirm ja ja sehe ich ähnlich ok hm 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 habt ihr das gehört hm 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 so irgendwo ist was irgendwo ist eine zikade aber wo es wird lauter hört ihr es auch es wird lauter aber wo ist hier eine hier vorne ne nö hm blau haben wir schon ich dachte ich hätte eine zikade gehört wirklich das macht so krö 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 also so wie der krö 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 ich weiß gar nicht wie ich das so schreiben soll ihr wisst was ich meine glaube ich oder nicht so dieses marienkäfer hm der ist es nicht ok da ist so einfach so ein einzelner baum so mitten auf dem strand was ist herrn 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 ihr hört es auch weg dieser baum ist nebenbei komisch das ist der erste baum der aussieht ist der einzige baum der so gleichmäßig ich höre auch diese zikade ihr hört sie auch gibt es zu ihr hört sie auch wo ist sie es kommt von da aber da ist keiner ne hier wird es leiser da auch wo ist sie denn ich höre sie ok andere idee wir machen kahlschlag kahlschlag naja hier da hinten ist was gras ok sie ist weg und die sonne geht unter sie ist nur noch so ein weißer oh mein gott ein monarchenfalter jawohl ohne bienenküttel ist sie das was ein gras hüpfer ok dann schauen wir noch mal was denn so das resultat des tages ist uns fehlen noch sechs ja eine grüne zikade eine braune zikade zwei libellen und eine stab heuschrecke und ein unbekanntes ding ein unbekanntes ding oh je wir werden heute wohl im wald übernachten müssen gute nacht gleich geht's los wir werden uns einfach hier entlegen und in den himmel schauen in den sternhimmel aber irgendwie ist es immer nach roh es müsste dunkel werden schwierig ach wird es vielleicht gar nicht dunkel also gehen wir nicht automatisch schlafen ich hätte es gedacht ok jetzt hört ihr aber auch die zikade ich spinne nicht du wirst langsam müde ok dann legen wir uns hier in den baum denn das schaffe ich nicht mehr nach hause ich bin müde schlaf hier tag 3 und es regnet ok ich höre definitiv eine zikade sie ist hier irgendwo irgendwo hier ist eine zikade ich höre sie ich sehe sie bloß nicht doch da hinten oh mein gott wir haben eine zikade entdeckt da ist die grüne oh mein gott oh mein gott ne das ist ein Nashornkäfer oh toll ich ne ok na gut ich würde sagen weil ich nicht genau weiß wie weit wir sind mache ich hier erstmal eine pause wir sehen uns morgen wieder und damit bis zum nächsten mal tschüss tschüss